Keine Ahnung, ob man es richtig sieht. Wir sind immer noch in München. Und dieser kleine Punkt, der sich da bewegt, ist auf keinen Fall ein Flugzeug. So, wir wollen es da mal rein. Das ist schon eigenartig. Seht euch das an. Wenn ihr denkt, das ist ein Flugzeug, dann müsste das doch sein Licht ändern, oder? Und selbst wenn das 12.000 Meter hoch wäre, müsste man dann nach 40 Sekunden irgendetwas hören, Lautstärke. Auch die Positionslichter müsste man sehen. Gestern hatte ich auch schon so ein Ding, was drüber geflogen ist, sogar zweimal in der Nacht. Beim zweiten Mal habe ich es nur irgendwie nicht mehr hingekriegt, das zu filmen. Die Richtung ist wie immer West nach Ost. Zunge mich da nochmal rein. Das ist also das Beste, was ich machen kann mit der Kamera hier. Und die Nikon P900 liegt zwar im Auto und sogar ein Stativ, aber ich habe es weder aufgebaut noch eingerichtet für Nachtaufnahmen. Also, jetzt kriege ich die Tage mal hin. Weil hier, wie gesagt, in der Nacht mindestens zweimal so ein Licht vorbeikommt. Ist schon kurios. Naja, das wahre Leben. Was ist das? Das ist das?